Heute geht es um Palo Alto Networks. Die Aktie ist um 26% nach unten gekracht und jetzt fragst sie dich vielleicht, ob du einsteigen willst. Ich schaue mir das Ganze heute fundamental an. Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Ich schaue mir den Intrinsic Value des Unternehmens an und ob das Ganze ein Kauf ist. Bleib dran. Ja, Palo Alto ist eins der führenden Anbieter im Bereich Cyber Security und wir hören ja, dass die Probleme im Bereich Cyber Security, also Hackerangriffe, immer mehr zunehmen. Ich glaube, das wird die Welt sehr stark beschäftigen. Das ist auch eine neue Art von Kriegführung, so eine hybride Kriegführung. Das Ganze findet weniger auf dem Schlachtfeld statt, sondern mehr, dass auch Staaten durchaus oder Organisationen andere Staaten und Unternehmen angreifen. Und hier ist Palo Alto definitiv einer der großen Player. Ich habe hier mal eine Übersicht von einem Wettbewerber, nämlich von Fortinet. In Fortinet bin ich übrigens investiert, in Palo Alto nicht. Kleiner Disclaimer. Das Ganze hier natürlich nur Unterhaltung, keine Aktienanlage. Und hier sehen wir mal die ganzen externen Faktoren, die dazu führen, dass der Bereich Cyber Security einfach wachsen wird in den nächsten Jahren. Wir sehen, es ist ein sehr stark regulierter Markt mit sehr vielen Herausforderungen, die hier sehr gut dargestellt sind. AI ist natürlich ein großes Thema. Wir haben regulatorisches Umfeld. Social and Governance sind natürlich alle spannende Themen, die auch Unternehmen immer wieder betreffen, wenn es um das Thema Cyber Security geht. Und der Markt selber ist wirklich einer, der sehr spannend ist, weil er eben so stark wächst. Ja, wir sehen, dass der Total Addressable Market, also der Markt, der adressiert werden kann, verdammt stark wächst. Wir sind aktuell bei 150 Milliarden und werden 208 Milliarden 2027 erreicht werden. Und hier auf dem Kanal geht es immer um langfristige Aktienanlage. Das heißt, ich will ja hier Unternehmen halten, die ich am liebsten nie verkaufen möchte und die ein langes Wachstum erwartet. Und da ist der Bereich Cyber Security, wenn man die richtigen Unternehmen pickt, mit Sicherheit einer, der sehr spannend ist. Und hier auch wieder von Fortinet diese Übersicht, aber sehr interessant, dass dieser Markt gigantisch wachsen wird. Und mit jedem Vorfall, den wir in der Öffentlichkeit haben, wird dadurch der Druck auf Unternehmen, Regierungen und so weiter steigen, hier Geld zu investieren, um sich einfach sicher vor Hackerangriffen zu machen. So, hier haben wir mal das Umsatzwachstum seit 2011 und das ist beeindruckend. Wir sind hier mal gestartet mit 31 Millionen und haben jetzt im letzten Quarter 2024 fast 2 Billionen Umsatz. Also dieses Unternehmen ist eine Umsatzmaschine. Also von der Seite ein Wachstum von 30 Prozent jedes Jahr über 10 Jahre findest du selten definitiv ein Check. Ja, was ist auf der Bank? Cash, Schulden, da schaut es auch sehr gut aus. Wir haben hier nahezu gar keine Schulden. Absolut positives Balance Cheat, weiterhin ein Check. Die Shares Outstanding, das gefällt mir gar nicht, denn hier werden trotzdem nach wie vor immer wieder neue Aktien ausgegeben. Das hängt an der Stock-Based Compensation, da gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Und das Geld gefällt mir bei solchen Unternehmen eigentlich überhaupt nicht, weil die letztendlich die Shareholder hier verwässern. Wenn du eine Aktie drin hast und die geben weitere Aktien aus, wirst du in dem Moment einfach dein Anteil etwas kleiner und du wirst verwässert. Gefällt mir nicht, ist leider bei Tech-Unternehmen sehr stark der Fall, vor allen Dingen bei so stark wachsenden. Das Ganze sehen wir hier beim Free Cash Flow, wenn wir uns das anschauen. Das ist auch eine Cash-Maschine, also der Free Cash Flow ist kontinuierlich steigend. Aber ich nehme jetzt mal die Stock-Based Compensation dazu und hier sehen wir schon, das ist dieser blaue Balken. Das musst du dann immer vom Free Cash Flow abziehen, weil da bekommen ja die Mitarbeiter neue Aktien ausgegeben, Aktienoptionen und das verwässert dich als Aktionär. Und das Ganze jetzt mal dargestellt pro Aktie, so das ist der wahre Cash Flow, den du als Aktionär, in dem du dich sozusagen ins Unternehmen einkaufst. Das muss man immer wissen, du kaufst dich immer in den Cash Flow von Unternehmen ein. Natürlich immer mit der Annahme, dass diese kontinuierlich wächst. Dann hast du wirklich eine sichere Anlageform, weil dieses Unternehmen immer wieder Cash generiert und damit auch die Aktie fundamental dem Ganzen folgt und auch im Kurs wächst. Ja, Gewinn pro Aktie, das sind wir noch gar nicht so lange in der Gewinnzone und zwar sind wir zum ersten Mal reingekommen am 31.10. in dem Quartal 2022 mit 6 Cent und jetzt nimmt das ganze Fahrt auf. Das heißt, wir kommen jetzt langsam bei Palo Alto in die sogenannten Operation Leverage rein. Am Anfang ist die Ramp-Up-Phase von Unternehmen, wo sehr viel immer reinvestiert wird, das Unternehmen wächst. Wir haben ja gesehen, das Umsatzwachstum ist Wahnsinn. Und wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat, dann sollte natürlich dem Shareholder auch was zurückgegeben werden. Und dann wird auch ein bisschen mehr auf solche Kennzahlen wie Verbesserungen geschaut durch Stock-Based-Compensation. Und der Gewinn pro Aktie steigt dann kontinuierlich. Das sollte hier das Ziel sein in den nächsten Jahren, dass es kontinuierlich umgeht. Und dann hast du hier wirklich eine Compounding-Maschine. Aktuell ist Palo Alto noch kein Compounder. Es könnte aber durchaus in Zukunft einer sein. Fortinet ist definitiv einer. Das ist auch die bessere Alternative, meiner Meinung nach. So, die Rohmarge, da liegt man bei 72%. Ist ein bisschen zurückgegangen in den letzten Jahren. Sollte aber eigentlich auch wieder steigen. Wir sehen hier schon ein Turnaround. Gehe davon aus, dass es auch hier, wie es für eine Software-Butze der Fall ist, in Richtung 80% gehen sollte. Das macht das Unternehmen deutlich unabhängiger von Inflation und solchen Späßen. Ja, das Return on Capital Employee, das ist für mich die wichtigste Kennzahl. Da liegt das Ganze bei 5,73. Das würde nicht meine Checkbox hier in der Stelle erfüllen. Denn die liegt bei 18%, die ich hier immer wieder erwarte. Deshalb an der Stelle auch kein Check für das Unternehmen. Wir haben aktuell ein Market Cap von fast 93 Milliarden. Das ist eine ganze Menge. Das ist das Price to Sales 12,34. Also der Umsatz mal 12,34 ist der Market Cap. Sehr hoch bewertet an der Stelle. Und das Free Cash Flow liegt bei 2,9%. Wenn du die Stockplace Compensation abziehen würdest, liegt man bei 1,84%. Auch recht hoch bewertet. Jetzt schauen wir uns einfach mal den Stickerpreis an. Das ist die 4-Tau-Methode, die ich bei mir immer habe. Was ist der intrinsische Wert von dem Unternehmen? Was ist es wirklich wert? Und ab wann würde ich mich mit dem Unternehmen beschäftigen? So, hier haben wir Analysten, die einfach jetzt mal hier Gewinn pro Aktie für die nächsten Jahre prognostizieren. Und wir sehen, die nehmen an in 2024 5,52 und so geht es dann runter. Und starke Wachstumsrate. 24%, 11%, 31%, 45%. Hier hinten sehen wir das Covern ab 2024 gar nicht mehr viele Analysten. Das heißt, das kann man eigentlich nicht vergessen. Das ist einfach hier, ja, einfach dahingeschrieben. Da ist jetzt kein Fundamental, ob das wirklich 45% ist dahinter. Spannender ist dieser Bereich. Und wir haben ja das Wachstum gesehen, was verdammt stark ist. Das geht natürlich jetzt auch ein Stück weit runter. Ich würde jetzt mal annehmen, dass das Unternehmen in den nächsten 10 Jahren das Ganze 17% im Jahr compoundet. Und ich nehme auch an, dass wir ein KGV von 35 haben. So, da haben wir ja unseren Rechner. Wir sind bei 5,52 Dollar Gewinn pro Aktie. Die Growth Rate 17%, das KGV 35% und wir wollen natürlich 15% Rendite pro Jahr. Das ist immer das, was ich hier auf dem Kanal predige. Wir sollten kein Unternehmen kaufen, das nicht in der Lage ist, 15% pro Jahr zu generieren. Und da wäre unser Stickerpreis bei 230 Dollar. Wir sehen, aktuell sind wir bei 282. Das sehen wir hier im Chart. Und wir sind hier deutlich drüber. Also deshalb würde ich hier einfach lauern, sobald dieses Unternehmen hier in diesen Bereich kommt. Da sehen wir auch eine starke Unterstützung übrigens von der 100-Tage-Linie. Die Wochenkerzen, die ich mir immer ziehe. Ich gucke mir immer das lange Bild an. Und hier wird es natürlich auch mal interessant. Aber das Unternehmen hat ja noch gar keinen Compounder-Effekt. Wir haben noch keinen Operating-Leverage. Das heißt, ich würde hier erst mit einem starken Rabatt einkaufen. Weil ich gehe trotzdem als Investor hier ein gewisses Risiko in diesem Unternehmen ein. Dadurch, dass es eben noch keinen Operating-Leverage hat. Und für mich auch noch nicht die Cashflow, die es generieren müsste. Und ja, das Capital Employed ist auch noch nicht das, was ich erwarte. Deshalb würde ich hier, wie gesagt, keine Anlageberatung warten, bis das Unternehmen hier ungefähr bei 180, 190 Dollar ist. Und vielleicht sogar noch darunter. Da sind wir immer noch, das wäre dann immer noch im Aufwärtstrend. Und wäre dann tatsächlich sogar bei der 200-Tage-Linie auf Wochenkerzen. Das ist ein starker Attractor hier an der Stelle. Und da wäre es natürlich auch sehr interessant, hier vielleicht sogar an diese Unternehmen einzusteigen. Wie gesagt, das Unternehmen ist hervorragend aufgestellt. Ich würde aber erwarten, hier einen Rabatt zu bekommen. Was auch die wenigsten machen, sich einfach mal historisch immer die Drawdowns anzuschauen von Unternehmen, wo man sich einkauft. Und da sehen wir, dass das bei Palo Alto auch durchaus normal ist. Wir haben jetzt Drawdowns von 25 Prozent. Aber 30, 40 Prozent hatten wir auch. Das heißt, das Ganze ist noch sehr volatil, weil es ja vielleicht ein Compounder in dem Making ist. Und da muss noch gewaltig Luft raus. Also die Market Cap muss raus, dass du dann wunderbar mit diesem Unternehmen wachsen kannst. Und vielleicht auch durchaus reich werden kannst in Zukunft. Also wie gesagt, Palo Alto aktuell aus meiner Sicht noch kein Kauf. Aber durchaus etwas, wo man sich auf die Lauer legen wollte. Wenn ich Fortinet mal bewerten soll, schreib es gerne mal in die Kommentare. Ich liebe diese Aktie und würde gerne ein Video dazu machen, wenn es die Community möchte. Und ein Abo würde ich auch gerne sehen und ein Like ebenfalls. Und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin bin ich raus.